Halli, Hallöchen, willkommen bei Hertha Geek, Freunde. Heute mal etwas später, heute mal wieder ungewohnt. Ihr seht es, ich habe mich aufgemacht. Ich bin mit Nicole ab nach Sylt. Es hat sich die Chance ergeben, nochmal paar Tage abzuschalten und über Pfingsten wegzufahren. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier in einem unbekannten Zimmer und erzähle euch was vom Spiel Wolfsburg gegen Hertha. Wunderbar. Erstmal, wir haben gewonnen. Geil. Zweitens, ey, Leute, BVB, was ist los? Was ist los? Es muss so heftig sein. Ich will auch in der Wunde nicht rumbohren. Das macht man ja nicht. Wir waren in der Stadt, ja, so ein bisschen bummeln, bevor die Geschäfte ja morgen übermorgen auch zu haben. Überall BVB-Fans in Trikot. Völlig, ja, wie soll man sagen? Völlig die Erwartung, in den Augen abzulesen. Ich hatte auch mit dem einen und den anderen mal kurz so geschwafelt und meinte, naja, komm hier, Mainz heute, das schafft er doch wohl, ja. Dann holt er doch mal hier die Meisterschaft. Und dann sowas. Das ist echt heftig. Torverhältnis. Beide gleiche Punktzahl und die Bayern drücken sich so zum Saisonende noch hin zur Meisterschale. Ich sag mal, man kann auch jetzt nicht sagen, verdient, unverdient, hey, der BVB hätte es ja machen können. Bayern hat dann nur das abgerissen, was noch ging. Sie haben in Köln erfolgreich gewonnen. Aber es ist schon irgendwie heftig. Man möchte jetzt mit BVB nicht tauschen. Irgendwie, seid mal ehrlich, so umgekehrtes Ding. Ja, also nicht wie wir jetzt hier in den Abstieg rein, aber BVB ist nicht gepackt. Da freute man sich ja genauso. Also was da in Dortmund wahrscheinlich schon geplant war. Leute, Leute, was für ein 34. Spieltag, oder? Absolut, absolut. Aber ich möchte jetzt hier auch aus dem Kurzurlaub natürlich über Hertha berichten. Irgendwie hatte das mit Sky Go überhaupt nicht geklappt. Ich war sehr am Ende. Ich wollte natürlich das Spiel im vollen Stück sehen, war mir leider nicht vergönnt, live zu gucken und dachte, what's that? Aber ich hatte ja die Möglichkeit nachher über Laptop, schön Hertha TV, naja, Abo ist ja günstig, dann das Spiel in voller Länge zu sehen und mir natürlich Notizen zu machen, wie immer, um euch dann jetzt den Bericht zu präsentieren. Hat auch Bock gebracht. Ich bin stolz auf unsere Hertha im letzten Spiel. Ich freue mich für Pal Dardai. Fangen wir an mit der Aufstellung. Die hatte die ein oder andere Veränderung, muss man ja sagen. Es fing ja schon im Tor an mit dem Ernst. Dann Kenny Clemens, Kämpfplatte, Toussaint, Buetius, Nankam, Serdar, Richter und Niederlechner. Ja, also Ernst war für mich jetzt eine Überraschung. Aber warum nicht den Jungen auch mal Spielminuten geben im letzten Spiel, wo es ja nicht mehr so drauf ankommt, fand ich gut. Und im Nachhinein hat sich ja dann gezeigt, dass es sehr gut war. Ja. Und dann Clemens hinten. Ja, aufgrund dessen, dass natürlich Not am Mann war in der Innenverteidigung, ganz klar. Wurde auch schon bei der PK kommuniziert. Boetius, Toussaint, ja, okay. Boetius war mir irgendwie auch bewusst. Ich glaube, er musste auch ran, weil der ein oder andere dachte, dann fehlt es. Es waren eine ganze Menge, die nicht bei waren. Und vorne, ja, Niederlechner, Serdar, Richter, Nankam. Okay, das war jetzt nicht so eine große Überraschung. Es fing leider ziemlich negativ für uns an. In der ersten, ja, fast zwei Minute Kaminski im Doppelpass. Hackespitze 1-2-3 mit Gerhard und 1-0 Blitzstadt. Bam. Ja. Da dachte ich schon, oh weia, oh weia, was geht denn da laut? Gut. Also da dachte ich, nee, das ist kein guter Start. Dann kurz vor der vierten Minute, dann mit Toussaint scharfe Flanke rein in den Strafraum Niederlechner, dann direkt abgenommen und Castels konnte den mit einer schönen Parade zur Ecke ableiten. Da dachte ich mir, wow, das wäre es natürlich gewesen, ja, gleich den Anschlusstreffer gegenüber zu setzen. Sechste Minute, Ernst Parade, Wolfsburg frei im Sechzehner mit Flachschuss. Musste sich sehr lang machen, hatte aber super geil pariert. Da dachte ich, nicht schlecht. Dafür, dass er sein erstes Spiel am letzten Spieltag macht, kommt er gut rein. Achte Minute, dann wieder Ernst mit einer Doppelparade, ja. Absolut der Hammer, der Junge. Erst mit Hand und dann mit Fuß. Er wurde gleich am Anfang sehr geprüft und konnte da auch gleich zeigen, was er drauf hat, ja, dass er wirklich eine gute Nummer zwei ist. Zehnte, na, zehnte halb, zehnte, fast elfte Minute bis 13.30 Uhr war dann irgendwie eine Pyropause. Keine Getränkepause, sondern eine Pyropause, Leute. Die Wolfsburger fanden das gar nicht gut im Stadion, dass unsere Herthaner mit Pyro rumspielten. Daraufhin hat der Schiri erstmal das Spiel pausiert, bis dann Parade in die Kurve ging zu den Herthanern und darum gebeten hat, doch bitte, bitte aufzuhören, damit das Spiel weitergehen kann. 20. Minute offensives Spiel. Auf beiden Seiten habe ich mir notiert, leichte Vorteile für Wolfsburg. Ich muss mal kurz hier ein bisschen das Ding öffnen, irgendwie nervt das. Oh, jetzt. Oh Gott, ich muss mal. Das kitzelt nämlich nur so am Kinn. So. Ton bleibt, wa? Das ist ein bisschen weiter weg. Da kann ich auch mal machen und nicht immer mit dem Kinn ans Mikro röbeln. Das wäre nicht so schön. So. Ja. Offensives Spiel auf beiden Seiten, aber einen kleinen Vorteil. Wolfsburg habe ich mir notiert. Wolfsburg wird immer stärker und härter. Ja. Zieht sich zurück und macht eigentlich noch einen auf Konter, wenn man so will. 30. Minute. Gute Chance durch Wimmer. Die war wirklich sehr gut. Er kommt in den Strafraum rein, zieht ab, ins rechte Eck, aber ernst wieder ganz schnell unten, taucht ab und kann das Ding halten. Wunderbar. Also, was der heute rausgeholt hat, Leute, Hammer. Ja, Hertha überlässt Wolfsburg das Spiel, habe ich mir notiert. Dann noch in der 41. Minute. Richter klärt auf der Linie. Da war der Keeper auch schon rausgenommen. Also, Ernst hatte nur noch zur Seite geguckt, aber Richter klärt auf der Linie. War nicht mit einem vollen Ballumfang rüber, also deswegen auch kein Tor. Fast, aber das 2-0. Fazitpause. Ja. Erste 20 Minuten waren wirklich ausgeglichen. War ein muntres, aktives Spiel nach vorn. Danach aber Wolfsburg-Spiel bestimmt. Also, da kam von Hertha dann nicht mehr allzu viel. Wir gehen gleich in die zweite Halbzeit. In der Pause wurde gewechselt. Da kam der Maza für Serdar und Scherhand für Nankam. 46. Minute. Richter gleich mit einem guten Abschluss. Schöner Weitschuss, aber leider übers Tor. 51. Minute. Fast gleiche Aktion wie zum 1-0 für Wolfsburg. Das war wirklich ziemlich crazy. Ihr erinnert euch dieses Hackespitze 1-2-3. Aber diesmal konnte der Ernst mit dem Fuß das Ding gut halten. Also eine super Parade. 55. dann. Endlich, Leute. Wunderbar rausgespielt. Richter schön spitz in den 16er reingespielt. Auf Toussaint. Der hat den Ball kurz geführt. Mit einer Drehung dann flach reingeflankt, wo Maser stand und zum 1-1 einnetzt aus relativ kurzer Distanz. Aber ein sehr schönes Tor. Vor allem, dass der Junge zum zweiten Mal gespielt hat und glaube ich 17 Jahre alt ist. Hammer. So, 60. Minute. Wolfsburg drückt und drückt. Hertha steht hinten aber sehr gut. Ja, also wir halten hinten noch den Ball weg. 62. kommt dann PK für Platte. Ja, der PK-Reck darf dann vor, naja, wann hat er? 2009 hat er mit Wolfsburg die Meisterschaft gewonnen. Aber er darf dann auch mal spielen vor gewohntem Publikum, kann man fast sagen, im gewohnten Stadion. Ja, Wolfsburg hat eine hohe Chancendichte. Hertha ist immer noch echt passiv. Aber aus dieser Passivität kommt dann in der 67. glaube ich erst eine Ecke durch Richter. Dann gibt es einen Abpraller zu ihm so zurück. Er stößt in den Strafraum rein und schlenzt den dann schön rechts hoch ins Tor rein. Der Castils, der auch ein recht langer Torwart ist, keine Chance. Richtig schön so klassisch ins hohe Eck reingeschlenzt. Also Richter wunderbar. Dann stand es aus der Sicht für Wolfsburg 1 zu 2 für uns. Dann kam in der 70. der Rölke für Niederlechner, also auch ein Youngster, ein Nachwuchsspieler, bekam dann seine Minuten. In den letzten 20 Minuten war das ein Mega-Fight von Hertha. Leute, Wahnsinn. Es war eigentlich nur noch ein Spiel auf ein Tor. Ja, Wolfsburg drückte und drückte. Hertha hielt den Kasten dann aber noch weiter sauber. Dank Ernst, muss man wirklich sagen. Denn auch in der 88. Minute Ernst wieder mit Fußparade. Den Ball super geil gehalten. Und dann 90. kam noch Eitsperger für Richter. Es wurde ein paar Minuten dann verlängert. Aber es blieb bei dem Ergebnis und wir gewannen dann mit 2 zu 1. Herrlich. Herrlich. Ich muss mal sagen, das ist genau so ein Spiel, wo der Torwart die Mannschaft rettet. Normalerweise wäre der ein oder andere reingegangen und Hertha hätte verloren. Wie in Vergangenheit allzu oft war. Und das war wirklich, es ist lustig, dass es jetzt wirklich am 34. Spieltag erst geschah. Ein Spiel, wo der Torwart die Truppe im Spiel gehalten hat, die Mannschaft zurückkam und dann den Sieg holte. Und das ist der Wahnsinn. Und das ist genau das, warum man einen richtig geilen Torwart nicht missen möchte. Und Ernst hat das wirklich gezeigt. Wahnsinn, was der Junge heute da abgerissen hat. Chapeau. Deswegen auch Hit. Ernst auf jeden Fall. Richter kurz dahinter. Muss man schon sagen. Richter war heute auch sehr gut, sehr aktiv. Und dann natürlich mit dem Tor seine Leistung gekrönt. Muss man auch mal sagen. Aber Ernst war heute eine Bank. Wahnsinn. Wahnsinn. Er hat uns heute den Sieg geholt. So möchte ich es mal sagen. Shit. Die Böller. Ey Leute, ich sag mal, man kann ja über Pyro so ein bisschen, also ich möchte sagen Bengalos diskutieren. Ich finde das teilweise auch ganz nice, wenn dann so Farbendichte, ja, im Fanblock ist und schön fackelt. Sieht schon sehr geil aus. Eigentlich nicht jetzt so schlimm. Aber diese Böller eben auch auf dem Rasen werfen, diesen Knall und so. Ich hasse ja auch Knaller zu Silvester. Finde ich auch ganz abartig. Muss nicht sein. Das fand ich heute ein bisschen blöd. Deswegen wurde das Spiel auch unterbrochen. Das war nicht gut. Ja, die Saison ist vorbei, Freunde. Ihr wisst ja, wo es hingeht. Ich denke mal, oder ich hoffe, dass sich das in den nächsten Tagen mit der Lizenz dann auch erledigt hat. Dass wir dann durch sind. Dass das Bang ein Ende hat. Ganz stark. Und dann geht es eben daran, wer geht und wer geht nicht. Ich möchte gar nicht jetzt sagen, wer kommt. Also das ist eh so, da wird wahrscheinlich so viel kommen. Also aus der eigenen Jugend wird viel kommen. Aber eben wer geht und wer bleibt. Das ist ja total wichtig. Das fängt ja schon beim Coach an. Beim guten Pal. Und ich hoffe, er bleibt. Ich hoffe, er kann es weitermachen. Und die alten Hasen. Ich meine, ich glaube, es haben so gut wie alle Zweitliga-Verträge. Aber ich denke mal, dass die Namen wie Tussar, Luke Bakio, Serdar denke ich auch. Vielleicht sogar auch Christensen wurde jetzt auch ins Gespräch gebracht. Mitti kann sein. Und der ein oder andere noch gehen werden. Aufgrund dessen, dass sie auch schon so hohe Gehälter haben. Und ja, Torwartfrage. Ernst? Fand ich heute gut. Punkt. Muss man mal sehen. Muss man mal sehen, was da wirklich so abgeht. In diesem Sinne, Anfang der Woche, Mittwoch melde ich mich wieder. Und ich denke mal, da gibt es eine Menge zu berichten. Vorbericht ist ja erstmal nicht mehr. Da ist ja jetzt erstmal Päuschen. Spiele sind vorbei. 34. Spieltag war heute. Und da habe ich bestimmt das ein oder andere zu berichten, was Richtung neue Saison betrifft. Also seid gespannt und schaut mal rein. Ich sage, aus Sylt, bleibt gesund, bleibt sportlich. Bis denne. Ciao.